Die Aerospace und Composite Engineering Experten von RAMF Composite Solutions entwickeln bahnbrechende Konstruktions- und Fertigungslösungen für Unternehmen der Luft- und Raumfahrt, Sicherheits-, Transport-, Medizintechnik und Green-Technology-Industrie. Mit unserer achtköpfigen Tailored Fiber Placement Anlage können wir die anspruchsvollsten Composite Designs jetzt noch besser und schneller umsetzen. Bei komplexen Composite Konstruktionen ist die gleichzeitige Reduzierung von Produktionskosten und Bauteilgewicht ab sofort kein Wunschdenken mehr. Denn mit Tailored Fiber Placement TFP wird die strukturelle Leistung eines Verbundwerkstoffs optimiert und gleichzeitig das Teilgewicht reduziert, weniger Kohlefaser verbraucht sowie signifikante Kostenersparnisse erzielt. Erreicht wird dies durch die selektive Platzierung und Ausrichtung der Fasern genau an den Stellen, wo eine Optimierung der Festigkeit oder des Gewichts erforderlich ist. Die Vorteile von TFP können dank unserer einzigartigen Composite Designkompetenz nun direkt auf die Herstellung komplexer Teile übertragen werden, die ultraleicht und zugleich kostengünstig sein müssen. In einem kürzlich veröffentlichten TFP-Erfolgsprojekt hat Rampf Composite Solutions ein in Verkehrsflugzeugen eingesetztes Edelstahlteil durch eine Leichtbaulösung ersetzt, die fast ausschließlich aus Kohlefaser besteht. Somit wurde das Gewicht um das 4,5-fache gesenkt und das ohne eine Erhöhung der Kosten. Vielmehr hat der Hersteller durch die signifikante Gewichtsreduzierung der Teile weitere Einsparungen bei den Betriebskosten erzielt. Das enorme Potenzial von Tailored Fiber Placement kommt bei diesem Projekt deutlich zum Tragen. Nur fünf Preform Layup Tools wurden eingesetzt. Bei herkömmlichen Composite Design Ansätzen wären es 75 gewesen. Zudem wurde das Bauteilgewicht optimiert und die Kosten gesenkt. Geringere Kosten und geringeres Gewicht. Mit dieser bahnbrechenden Technologie ist das kein Widerspruch mehr. Speed하고 every 还 heißt es, dass ein Widerspruch mehr Technologie im Auftrag des Zindesangültes verraten die Menschenwelt verratreten. Vielen Dank.